So, guten Morgen Kinders, RDLP hier und weiter geht's mit The Walking Zombie 2. Ja, ich mach einfach auch weiter die Chuck Mission, obwohl die Hammer schwer sind, muss ich echt sagen. Aber, äh, ich will den nächsten Endboss, ja. Gut, äh, ich hol mir noch mehr Munizio, oder hab ich, hatte ich Munizio gekauft? Harte mal, wo ist mein Inventor? Mein Inventor ist hier, ne, ich hab... Na, ich hab 120 Schuss. Achso, ne, alles gut. Ich hab kaum noch Geld, es wird immer schöner. Die brauch ich hier ja nicht mehr. Ah, wobei, es verbesserte Munition. Ist doch scheiße, ihr habt viel zu viel nicht Geld, ich hab... Ah. Ja, ich muss ja kaufen. Die wär eigentlich auch Premium, aber ich hab ja kein Geld. So, let's go Chuck, was geht? Äh, das sieht ziemlich schlimm aus. Sie versuchen wahrscheinlich eine Bombe zu bauen. Ach, ne. Was? Kehre zum Flughafen zurück und finde mehr darüber raus. Kein Problem. Und gib mir mal mehr als 400 Münzen, ey. Das gibt's doch nicht. Sei nicht so knauserig. Ich mach hier die größte Scheiße die ganze Zeit. Ja, Digga, ich steig ein Level nach dem anderen auf. Was geht denn ab hier? 6.000 XP krieg ich jetzt schon da durch. Alter Schwede. Werde ich doch nur mehr Geld dadurch bekommen. Ah, Mann, du Schwanz. Wie kann er mich schon gesehen haben? Gib mir mal kurz. Ich muss mich eben heilen. Und zwar richtig heilen. Stand da noch einer hinter? Ne, alles gut. Also, meine Heilfähigkeiten sind so hoch gelevelt. Es passiert nichts. So, der ist auch down. Wir machen das jetzt Stealth-mäßig im Zombie-Spiegel. Irgend so ein Schwanz hat mich abgeschossen. Ja, man muss auch mal ein paar Kugeln fressen hier. Da muss man schon mit einberechnen. Ja, aus der Entfernung trifft er mich. Das gibt's doch nicht. Ich schieße ja auch nicht mit Shotgun aus 10 Metern Entfernung. Ich suche den Hangar. Okay. Ist da jetzt so eine Bombe? Oh. Banditen-Mädchen, ey. Ich lass mich doch nicht vom Mädchen hier niederknüppeln. Gibt's doch nicht. Mal schön auf Distanz halten. Dann geht das schon. Gott. Ja, den kill ich auch noch direkt. Hö, meine Stimme. Vor Angst kann ich gar nicht mehr reden. Ne, alles gut. So. Ja, super. Und fünf neue Banditen auch noch. Wird ja immer toller. Hä, was geht denn? Ah, ne, ich bin nicht schon wieder sowas. Bin gleich down. Scheiße, hä. Zum Glück habe ich das gekauft. Hä, den muss ich auf jeden Fall ausschalten. Wo ist denn der? Komm doch ran auf den Meter, du. Ja, ich muss ein bisschen rückzugmäßig und... Gott. Lebt der Typ noch mit dem großen Gerät? Scheint nicht, okay. Ja, tschüss. Wo sind denn noch welche? Hallo, Freunde. Ich will euch umbringen. So, zack. Zweiter Anger. Da sind eh nochmal Gegner drin. Bisschen zurück. Ah, gut. Wir sind keine Pussy. Wir gehen einfach rein. Eine Riesengranate. Ja, scheiße, ey. Was soll denn das jetzt hier? Kommt einfach Jason da angesprintet. Mit seiner Hockey-Maske. Ja, ey. Hör doch auf mich zu schlagen. Ey, Mann. Ich hab mich selbst geschickt. Deine Mutter hat mich geschickt. Du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt. Ich steh auf Schmerzen. Chuck sagt hallo. Oh. Atombombe. Das ist eine scheiß Granate, Digga. Toi, jetzt wird er die ganze Scheiße an die Erdoberfläche springen, oder was? Was soll denn das mit der Kanalisation hier? Oh, Mann. Was ein Volltrottel. Jetzt kann er dir das wieder richten. Finde einen Weg, aus dem Raum zu kommen. Ja, hier. Nehmen wir den Akkuschrauber. Ja, toll. Das ist doch ein Gegner. Eine dumme Wache. So, das war ja easy going. Haben wir gar keine Sonne gegen mich. Oh, scheiße. Hier, geben wir mal die Waffe. Oh, scheiße. Ja, ey, der schießt durch die scheiß Wand. Gibt's doch nicht, ey. Erstmal nachladen hier. Schönes Ding. Für diese Mission kriege ich nur 400 Tacken am Ende. Das ist doch lächerlich. Schack, da bist du echt zu knauserig. Ich will 4000. Ja. So, wir treten ein. Oh, ey. Gib die mir erstmal die volle Ladung in die Fresse. Was ist denn das für eine taffe Kuh gewesen? Scheiße. Leck mich doch jetzt. Hier, gib mir mal jetzt eben was anderes. Hier, Bohnen. Bin völlig überfordert gerade. Erstmal wieder hochleveln. Okay, kann weitergehen. Oder? Oder, Jungs, was mit dir? Ja, geht schon. Oh, shit. Jetzt reicht's aber mal hier. Die Granaten bringen auch nichts. Hä? Der steht da unbeeindruckt. Kriegt 10 Headshots von mir. Juckt ihn nicht. Ah, da ist noch einer. Mann, verreckt doch jetzt. Hier nochmal Bohnen rein. Ah, yummy, yummy. Lecker Bohnen. Wenn das so weitergeht, bin ich gleich eine Atombombe bei den ganzen Bohnen, die ich esse. Ah. Ja, Brezeln, der mir nochmal schön was rein. So, ich heile mich erstmal. So, Bohnen. Bohnen sind echt gut. Also, da kann ich mich erstmal hier so ein bisschen hinstellen. Und dann heilen sie mich. Und dann bin ich wieder richtig frisch und gesund und munter. Und dann geht's weiter. 48, 49. Ja, 48, ich weiß nicht, ob das genug ist. Ich hätte gerne 50 HP, aber okay. Ja, super, was denn das war einer? Oh, das ist so einer. Scheiße. Die haben nämlich diese Riesenwaffen. Ah. Das war's. Ich wollte den Endgegner-Platt machen jetzt. Nichts darf man hier. Ja, ich stelle mich natürlich der Begegnung. Was ist denn das hier? Ja, irgendwo ist die Strahlung anscheinend. Ah, dann gehe ich da nicht hin. Radioaktiver Zombie. Ich glaube, ich spinne jetzt ein bisschen. So, geschafft. Darf ich jetzt in die Stadt zurückkehren, bitte? Gut. Wie viele Missionen hatte ich jetzt gemacht für Chuck? War es die erste? Ja, war die erste. Können wir noch eine machen. Chuck, das war ziemlich schwer, ne? Sie haben eine Atombombe. Uhuhu. Das sah eher aus wie eine Granate, die, keine Ahnung, aus 10.000 Granaten zusammengesetzt worden ist. Aber okay. Was, wo, wieso? Ja, wieso, frage ich mich auch. Ja, unter der Erde. Weil er sich seine eigene Hand abhacken musste. Fragezeichen. Kannst du sie entschärfen? Oh, 1.000. Für 1.000 mache ich das auf jeden Fall. Das kriege ich schon hin. Für 1.000 mache ich das gerne. Ah, Digga, easy going. So, warte mal. Ich, äh... Wenn ich da schon hin muss, dann will ich mich auch ein bisschen eindecken. Ja, das muss ja eben sein. Die ist zu teuer. Die ist einfach zu teuer. Hä? Achso, er hat nichts mehr. Er hat noch 29 Schutzauflager. Ja, nehmen wir mit. Wie viel kostet die? Ja, ich bin nicht Krösus. Nö. So, mal gucken. Genau. Erstmal wieder ein paar Böhnchen hier rein. Bewegen. 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 Und damit sind meine Bohnen schon aufgebraucht. Na, ganz toll. Äh... Habe ich noch Vorteilspunkte? Dann würde ich das ins Heilen stecken. Aha. Na, es bringt ja alles nichts. Einfach mal alles rein. So. Äh, gut. Da müsste ich halbwegs ready sein für die Mission. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber das wird schon gut gehen. Warte mal. Ich kaufe noch bei ihm was ein. Dem Trader. Ah, hier kann ich auch Wasser kaufen. Okay. Und Bohnen kann ich auch kaufen. Für 57. 50, Digga. Was geht das, Mann? Okay. Ich kaufe das hier. Na gut. Wird schon schief gehen, Leute. Das ist sowas von der Endfight. Gegen diesen Shaki-Masken-Typ. Der wahrscheinlich Dings ist. Ich habe den Namen vergessen. Äh, Rocket. So. Ja. Ich sehe, dass Zombies mich angreifen. Ja, toll. Meine Mitbewohner schreien wieder die Bude zusammen. Das finde ich sehr nett. Oh, haltet mal die Fresse da draußen, ey. Ohne Witz. Da geht es eigentlich noch, ey. Ich wohne hier auch, ihr Penisköpfe. Ja, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Da kann ich... So. Ja, ey, kotzt. Oh, scheiße, ey. Ich bin gleich down. Gar nicht mitbekommen. Ja, erstmal... Ja, ey. Beweg dich doch jetzt, ey. Was? Willst du drauf gehen, oder was? Natürlich trifft er mich von da. Okay, jetzt habe ich es voll drauf. Okay, da kotzt du mal zweimal hintereinander. Das konnte ich natürlich nicht wissen. Finde eine Atombombe. Ja, das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Töte alle Banditen. Okay. Ah, nee. Aber mittlerweile habe ich das eigentlich drauf mit dem Banditen. Na, shit. Na, gibt er mir noch eine, bevor er verreckt? Natürlich. Du bist down. Ich mache jetzt kurz einen Prozess mit euch. Geht mir ganz schön auf die Nerven. Da ist er doch. Hacken. Ich hacke. Ja. Wie soll ich denn das schaffen? Du bist völlig bekloppt. Ja. Ja, und nun? Ah, toll. Ich habe noch einen Versuch. Finde ich nett. Okay, diesmal könnte ich es schaffen. Oh, Leute, ey. Das ist richtig schwierig gewesen. So schnell sind meine Finger nicht, ey. Und meine Augen erst recht nicht. So, das ist die Atombombe. Frisch importiert. Aus Grönland bestimmt. So, jetzt kommt Chucky. Höchstpersönlich. Beziehungsweise Dings. Rocket. Ja, ich schon wieder. Ich mache die fertig. Hobby Explosion. Ja, meine Hobbys sind Jason Kopien. Schlechte Jason Kopien niederzuknüppeln. So, wo ist er denn? Ich habe ihn. Oh, Junge. Der hält ja richtig was aus. Oh, fuck. Mama. Ich habe Angst. Warte mal. Time out. Ich habe ja genug davon, ey. Was soll das? Das wird super. Der hat 1000 Waffen und ich krebs hier mit so einer Shotgun, die ich im Wald gefunden habe rum. Ja, ey. Der kann durch die Atombombe schießen. Das ist eh klar. Ich habe mal eben nach hier. Ja, so geht's. So geht's. Das wird zwar ewig dauern, aber passt schon. Das ist gerade sogar die verbesserte Munition gewesen. Ah, ich habe keine. Ja, ich habe es verkackt irgendwie. Ey, das kann ja jetzt wohl nicht angehen. Ich habe doch gerade noch Munition gekauft. Da wart ihr alle dabei. Wieso habe ich nur noch 26 Schuss? Ich kann Chucky schlecht mit einer Dings niederknüppeln. Ich habe doch 5 Schuss. Das ist mir jetzt komplett verarschen hier, oder was? Was ist denn das jetzt für eine Fickscheiße? Ich habe doch Munition an Maske gekauft. Ja, das war's. Ich habe ja nichts mehr. Was soll ich denn den killen? Ja, keine Munition mehr. Du bist witzig. Knüffel ich halt mit Granaten nieder. Das zieht ihm nicht mal was ab. Ja, habe ich nicht noch eine Schaufel? Ist mir doch jetzt egal, ey. Ich kill den jetzt, ey. Mit einer Schaufel. Lass dich jetzt richtig verarschen, weil ich habe extra noch Munition gekauft. Das wird schon gut gehen. Ne, das wird nicht gut gehen. Ja, das habe ich verschissen, ey. Ich habe ja gar keine Waffen mehr. Kann ich schlecht mit einer Schaufel kaputt machen. Was habe ich denn noch so im Inventar? Ja, toll. Die braucht auch ne 9mm Munition. Ich habe nichts mehr. Ich habe eine Schaufel. Ich habe eine Schaufel. Was bringt die? Ausrüsten auf die 4. Na, das hat ja wenigstens etwas gebracht. Ich versuche es jetzt einfach. Ich knüppel Chucky mit einer Schaufel nieder. Das wird doch nichts. Das kann ich total vergessen. Ja, jetzt zieht ihm ja gar nichts ab. Ja, Digga. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Ich hatte Munition gekauft. Es ist doch ein Witz jetzt. Ja, jetzt zieht mir natürlich alles ab. Ich muss mich ihm ja stellen. Ey, ich mache das jetzt so. Ich knüppel ihm was rein. Es bringt gar nichts. Töte Rocket Boss. Ja, witzig ey. Ich habe keine Muni. Schwanze. Gibt es doch überhaupt nicht. Es bringt nichts. Ja, kill mich doch ey. Ey, das schaffe ich ja nie mit der Schaufel. Das schafft man nicht mit einer Schaufel. Ey, das ist der Witz des Jahrhunderts. Das ist echt ein Witz. Was ist denn das? Ich habe doch Munition gekauft, ey. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Fick dich, ey. Gibt es doch nicht. Ja, was ist denn das hier? Ja, Digga, ey. Der hat nicht mal mehr 9mm Munition. Ja, witzig. Ich habe ja gar nichts mehr an Munition. Ich habe nichts. Ich habe eine scheiß Schaufel. So, hier habe ich super viel Munition von. Habe ich die ganze Zeit falsch gekauft oder was? Keine Ahnung. Dann kaufe ich mir jetzt ein Gewehr. Kann ich mir natürlich nicht leisten. Seh klar. Ja, ich kann mir so viel Munition leisten. Gerade noch 65 Schuss. Reichen die für ihn? Ich bezweifle es sehr. Raketen. Ich habe ja nicht mal einen Raketenwerfer. Ja, scheiße. Ja, ich gebe mir jetzt mein ganzes Geld aus für die Schrotflinten. Munition. Und hoffe einfach auf das Beste jetzt. Ich mache die Mission nochmal. Das ist ja klar. Scheiße. Das sieht gar nicht gut aus. Okay. Ja, Chuck. Dann machen wir es nochmal, ne? Achso. Tut mir leid. Genau. Ich muss ja hin. Ja, wie wäre es, wenn du mal eine Waffe ausstattest? Ja, ich habe ja nur noch die... Ah, super. Ja, Leute. Das schaffe ich nicht. Ja, klasse. Ey, das ist jetzt richtig für den Arsch, ja? Das ist wirklich richtig für den Arsch. Oh, Mann. Lass mich in Ruhe, ey. So. Na, toll. So verliere ich auch wieder 1000 Schuss. Ja, super. Ein Schuss brauche ich noch. So. Ich habe noch 300 Schuss. Okay. Könnte reichen. Keine Ahnung. Volle Konzentration. Ich stelle mich jetzt einfach denen. Nütze ja eh nix. Hä, da stand doch vorn noch ein Fass. Bin ich jetzt total bescheuert. So. Bevor wir da reingehen in den Endfight heilen. Und dann hoffe ich einfach aufs Beste, dass der einen schlechten Tag hat oder so. Keine Ahnung. Ah, das muss ich jetzt auch nochmal machen. Na, toll. Na, das ging doch locker flockig. So, diesmal. Das Fass ist auch weg. Ich fass es nicht, ey. Ey, alter. Ja, komm. Na, klasse. Das bringt auch nichts. Er hat die krassesten Waffen und ich bin pleite. Geben wir nochmal Bohnen oder sowas. Keine Ahnung. Dann verkacke ich das die ganze Zeit auch noch mit den Tasten. Okay, so geht's. Dann kriegen wir es hin. Ich bin Optimist. Ja, er jagt mir die ganze Zeit was rein. Ich hab gar keine Chance. Er darf mich nicht die ganze Zeit treffen mit dem Ding. So, schnell weg. So, jetzt läuft's doch. Jetzt, jetzt krieg ich ihn down. Mit dieser Scheißwaffe. Du stirbst jetzt, du. Hast keine Chance gegen R.D.L.P. Du, Jason. Abklatsch, du. Wieso hat er eigentlich diese Maske? Wir wissen doch, dass er scheiße aussieht. Wir haben ihn doch in dieser einen Szene gesehen bei der Rückblende. Er dachte wohl, das sieht so richtig gefährlich aus. Ja, Fleischepiepen. Ich hab keine Angst vor dir. Bin ich gerade irgendwie unzerstörbar, oder? Was geht da? Der Typ ist down hier. Kannst du jetzt meine Granate nochmal fressen? Na, klasse. Jetzt bin ich ein bisschen arrogant gewesen. Ha! Ich bin der King. Ich hab den echt platt gemacht mit so wenig Munition, Alter. Krasser Scheiß. Ha, ha, ha. Ja, Killer. So, dann wär's das für dieses Video. Davon muss ich mich erstmal holen und mich richtig feiern und mir einen Kasten Bier aufmachen. Bis dann. R.D.L.P. J holt mich in hier... Dall IJ. Jörg retrouve dann im Kast. Dall IJ.